Herzlich Willkommen bei Schulin in der Herrengasse 3. Seit mein Ururgroßvater das Familienunternehmen 1802 gegründet hat, wird diese Leidenschaft, etwas Schönes, Wertvolles zu schaffen, in der Familie weitergegeben. Wir lieben es, Schmuckstücke zu schaffen, die Freude bereiten und die von Generation zu Generation weiter bestehen. Jedes Jahr bringen wir eine neue Schmuckkollektion heraus, die von Ereignissen im Weltgeschehen geprägt ist und die hier in Graz designt und von Hand gefertigt wird. Neben unserer Leidenschaft für Schmuckdesign sind wir auch Liebhaber exklusiver Uhren. Für Rolex sind wir exklusiver Konzessionär für Steiermark und für Kempten. Schmuck ist das ideale Geschenk, aber darf ich Ihnen noch einen Geheimtipp geben? Bei Schulins Geschenk im Herzoghof finden Sie immer etwas Besonderes für Ihre Liebsten und für sich selbst. Schauen Sie bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie.